Noch ein kleines Video von der Luftseite. Ja, weil es ist im letzten Oktober 2020. Wir sehen, wenn wir hier in der Nähe gehen. Wir haben ein kleines Bild, wie wir es in der Nähe geben. Was wir hier sehen. Wir sehen, dass wir in der Nähe von der Luft. Wir sehen, dass wir in der Nähe von Polen kommen. Wir sehen, dass wir hier in der Nähe von der Luft sind. Wir sehen, dass wir hier in der Nähe von der Luft sind.